Hallo Sarah, hallo Mark. Hier meldet sich Heiko Wasser aus dem fernen Dortmund. Jetzt wundert ihr euch sicherlich, wie kommt der denn dazu? Ja, ich habe das von Martin erfahren, was er da für eine tolle Sache macht und seit fünf Jahren mittlerweile schon so viele Kinder glücklich gemacht habt und ich als großer Tierfreund, auch wenn ich keine Pferde habe, sondern nur, kann man hier sehen, zwei Hunde. Da wo ist denn der zweite Dizer? Das ist der Imp und das ist die Casey. Also ich finde sowas prinzipiell immer ganz ganz toll und bin immer jederzeit sehr gerne bereit, da auch ein dickes Lob auszusprechen. Also ich drücke euch die Daumen, dass auch die nächsten Jahre gut funktionieren. Alles Liebe, alles Gute, macht weiter so. Das war Heiko Wasser aus Dortmund.